Es ist heiß. Sehr heiß. Sie halten sich gut. Wirklich perfekt gekleidet für die Karibik. Und es wird noch viel heißer. Das ist ab sofort mein Tatort. Gut, dann sichern Sie mal die Beweise. Ausgesuchte Spezialisten. Ich bin britischer Polizist. Nein, Sie verarschen mich. Ermitteln vor traumhafter Kulisse. Es hat noch einen Mord gegeben. Furiose Action. Gepaart mit viel britischem Humor. Ich bin Police Officer und ich will jetzt unbedingt einen Tee. Wir werden uns gut verstehen. Donnerstags ab 20.15 Uhr. Hawaii Five-O und Death in Paradise. Auf Fox. Verstehen Sie, wir können hier nicht weggehen. Das könnte ein Zuhause werden. Sieh dir an, wo wir sind. In welcher Scheiße wir stecken. Oh Gott. Wenn du beten musst oder weinen oder Gott sagen, dass er gemein ist, dann tu es. Wenn ihr leben wollt, überleben wollt, müsst ihr dafür kämpfen. Zu mir. Ich schaffe das nicht allein. Hör's mit euch. Einfache Körperverletzung. Sechs Monate. atro, Tee. Tee.